Hi Leute, willkommen zurück, hier ist wir bei Alice im Zockerland mit Crisis Core. Aber bevor wir weitermachen, wo wir stehen geblieben sind, gebt mir nochmal ein paar Minuten, um auch hier nochmal über Quinten Flynn zu sprechen, der in Crisis Core ausgerechnet Reno synchronisiert. Falls ihr es in meinem Kingdom Hearts Video noch nicht gelesen habt. Quinten Flynn war, vermutlich war jetzt, sehr beliebt in der Community durch seine Arbeit mit Reno und Axel. Und offensichtlich hat er sich seinen Status in der Community ausgenutzt, um anscheinend, wie ich das mitbekommen habe, vor allem junge und oder unerfahrene Fans zu manipulieren, dass sie die sexuelle Beziehung mit ihm eingehen. Es gibt auf Twitter eine Sammlung mit den ganzen Anschuldigen inklusive Belege und das, also ich möchte das hier auch gar nicht wiederholen, was da alles, was er alles gesagt hat und was da alles drin steht. Und das könnt ihr euch gerne selbst angucken. Ich wollte nur dazu gesagt haben, dass ich das natürlich absolut unverzeihlich und inakzeptabel finde. War halt alles nicht so schön, dass ich das anzugucken, aber ja, ihr könnt das, wie gesagt, euch das selber angucken. Wenn ihr es nicht findet, fragt mich, ich leite euch da gerne weiter, aber ich, ja. Es fällt mir jetzt noch gerade ein bisschen schwer, hier einfach wieder zurückzugehen, aber hilft ja nichts. Ich habe nach dem letzten Mal nochmal ein bisschen gespielt, aufgelevelt. Ich habe Missionen gespielt. Und es gibt, ich hatte, also hatte nicht ich gefunden, habe ich nachgeguckt, ein Thunder Bracelet, Lightning Armlet, was den, äh, die Blitzattacken, die den Schaden um die Hälfte reduziert. Und wir versuchen uns nochmal an Angier. Ich wollte das eigentlich auch zusammengeschnitten haben, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Deswegen müsstet ihr euch die Blitzengelung knapp angucken, wie ich an Angier scheitere. Ich habe jetzt nicht genug Hapi. Nehme ich noch eine Potion? Also ich habe jetzt prinzipiell 2300 knapp. Ich hole mir gerade noch eine Potion rein, damit ich auch voll bin. Ich habe Kuraga gegen Kura ausgetauscht. Habe ich gar nicht. Achso, warte, das ist, äh, da. Ja, habe ich. Und mein Hapi abhat sich zum Glück ein bisschen aufgelevelt auch. Wir bleiben trotzdem bei der Barriere. Aber mit ein bisschen Glück schaffen wir es auch ohne Barriere, falls die mal vorbei ist. Es sollte ich sein. Ich sollte mit Genesis geschehen. Ja. Und warum hast du mich? Für dich vorbereitet. Für deine nächste Kampf. Hast du es verloren? Du hast es verloren? Stopp! Niemand ist waiting für dich, nicht wahr? Angeal, nicht das. Sehr gut, Angeal. Es ist Zeit für die Verweigerung für unsere Familie. Familie? Nein! Mein Vater ist tot! Okay, dann mach es für deine Mutter. Meine Mutter, Shayne. Sie hat ihre eigene Leben gemacht. Shayne? Wie schrecklich verletzt. Sie sollte sich stolz sein. Sie ist stolz, dass sie die Namen der unsere Experiment. Projekt G. Oder ich würde sagen, Projekt Jillian. Nicht sagen sie. Sie hat ihre Namen. Jillian. Die Frau, die mit Genova-Cell. Genesis. Sie hat ihre Genen genetisch verletzt auf ihn während der Fetal-Stage. Ja. Genesis war ein Fehler. Ich werde es sagen. Aber du, Angeal. Du warst eigentlich in der Körper von Jillian. Du bist die Menschen. Du bist die Perfektion. Du bist die Perfektion. Ich bin ein Perfektor. Ein Perfektor. Ein Perfektor. Ein Perfektor. Zeig. Zeig. Was ich gesagt habe? Über unseren Sohn. Was all das tut. Was erschreut. Aber du bist nicht einer von ihnen. Aber ich habe auch erschreckt. Zeig. Zeig. Ich zeige dir. Stop! Du wirst nicht wissen, was du machst! Verdammt! Nur ein Sample! Angele! 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 Oh, wenn wir. Das ist, die paar Jahre altz. Ah, ich bin nicht mehr dran gewöhnt, wie hart er... Mann, lass mich mal nach dem Weg. Wie hart er stoppt nach dem Abrollen. Ich hab mir da... Hab jetzt schon wieder nichts, so? Oh. Oh. Der muss nur 1... Und 2... HP halten. Ich muss immer noch 300 decken. Ah. Warno? Wow. Wow. Oh, jetzt geht's wieder los. Ah. Verdammt. Oh, ich hab die Barriere weg. Oh, ich hab die Barriere weg. Oh. 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 ich möchte nicht mit magie angreifen weil ich nicht so viele mp habe ich weiß aber nicht so lange wir das so machen Er nimmt halt noch weniger weg als das. Ah, warum? Das war gemein. Nein. Ach komm. Da kann man natürlich nicht mehr weg sein. Ohaahhhhhh Nein 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 Das ist grad ganz schlecht. Ich muss mal grad ganz kurz pausieren. Ach nee, es ist auch schlecht. Sorry. Ich hatte grad ne Bildschirmtastatur und jetzt ist sie weg und ich weiß nicht warum. Tut mir leid. Oh, oh. Protect your honor. Always. Erheben deine Träume. Wenn du ein Heroin willst, musst du einen Träume haben und eine Ehreinheit. Hey, Zack, der Schnee ist näher, in der Stadt, richtig? Kind of schrecklich, aber die Blumen mag es vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, dass ich dich nicht mehr anst. Wenn du dich nicht mehr anst. Ich bin der Spannung. Ich bin der Spannung. Ich bin der Spannung. Musik 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 So you want to be in soldier? Hang in there So Is everybody here now? Sir You're all rookies, right? Sir Yes, sir One piece of advice No In order Embrace your dreams And Whatever happens Protect your soldier honor Got it? Sir We're all coming back here alive You hear me Let's go So 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 I thought she was to So Wow Oh Die ist hier in der Kirche Alter Okay Projekt G Eva Ähm Ja In Gilles Mutter Sie war das Experiment Ich habe Hollandein Mudeo aufgehalten Und Äh Ihm der Firma übergeben Ja Danach haben die mich Naja also Auf Standby Auf Bereitschaft gehalten Es ist eine Weile her jetzt Und In Shinra herrscht Äh Unordnung Die Turks hängen Ständig bei mir rum Ach Sie sagen, dass Ihr Urlaub sich zufällig Mit meinem überlappt Ja, ganz bestimmt Niemand von ihnen Erwähnt jemals in Gilles oder Genesis Als ob sie nehmals existiert haben Ähm Sind Soldaten so wenig wert heutzutage Wofür kann ich denn jetzt noch kämpfen? Was ist die Irre eines Soldaten? Ach man Leute Öhm Eh 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 Sun tan lotion? No! Ahem Nevermind that Ahem What is this? Are they Putting me out to pasture? Du könntest ein R&R benutzen. Ich bin Angst. Das ist es. Ich bin erinnert. Direktor Lazard ist nicht in. Er ist ein paar Jahre alt. Es war Lazard, der die Forschung von Hollander verarbeitet hat. Using die Firma's Geld. Du bist wirklich? Wir interagieren Hollander, so wir sollten mehr lernen. Was ist mit ihnen? Menschen, was sind sie alle denken? Die Wahrheit liegt in jeder Person. Aber die Wahrheit scheint selbstverständlich. Wenn sie ihre Sprüche verlassen. Sisnay, geh mal etwas machen. Er ist ein R&R? Wie wissen Sie das? Am ich zu sehen? Nein, sie ist diejenige zu sehen. Das Mädchen ist ein Angell. Die einzige in der Welt. Sie wissen nicht? Sie hat nichts gesagt. Die einzige in der Welt, was er. Sie ist eine derartige. Er ist ein Angell. Ja, wir können jetzt in der Strecke kommen. Good luck! Thanks! ja 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 darf ich auch mal wieder ja 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 Tunnel wird von einer unbekannten Kraft angegriffen, von einer unbekannten Einheit. Du gehst mit mir dahin, um es zu untersuchen. Das ist schrecklich. Oh, noch mehr Töne zu kopieren. Au. Die kommen jetzt aber schnell auf mich zu. Ich muss Pause machen. Oh Gott, es ist viel passiert in der Folge. Das ist nicht schön. Ach man, ja. Ach ja, Lesart hat Holländers Forschung finanziert mit Schönergeldern. Nett. Ja, schön. Wow, ja. Kein Wunder, dass Sex so langsam ein bisschen desillusioniert ist. Aber noch nicht genug. Es kommt noch. Ähm, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal kämpfen wir uns ja weiter durch, durch die Genesis Kopien. Und dann sehen wir uns dann. Tschüss. 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 Tschüss.